Wegen der in der Mitte. Dankeschön. Schönen Abend euch noch. How are you today? 1-2. Wann hast du Geburtstag? Leute, ich hab am 22.01. Ich hab am 3.04. Und Sie? 18.06. Feed, oh nee, keine Fußschwetsche. Jetzt wollt ihr auf einmal mit uns live gehen, wo ihr seht, dass wir so viele Zuschauer haben. 300 Leute. Okay, 400. Entschuldigung, 400 Leute. Hallo, schöne Frauen, hallo. Du sitzt in der Mitte, wie alt bist du? Ich bin dein Großvater, der dich ... was? Ich bin 26. Fremdgehen oder lieber beim Fremdgehen erwischt? Was? Lieber erwischen. Ja. Voila, was hier auf einmal los wird? 500 Leute sind da, wir müssen gehen. Nein, Leute, wir können jetzt nicht gehen. Jetzt nicht. 10 Minuten noch. Sag mal 10 Minuten noch. Hast du ein Zungenpiercing oder ist das ein Filter? Hä? Was für ein Filter? Hä? Hast du ein Zungenpiercing? Nein, aber selbst davon kommen. Tschüss Leute, warum gucken uns 500 Leute zu? Ich liebe dich. Wen liebst du? Wir lieben euch alle zurück. Wir lieben drei Menschen. Wen liebst du? Drei Unikate. Wie hat die Linke so weiße Augen? Okay. Du? Du? Äh, Joan ist die Hübscheste, dann kommt die Blonde und dann die Letzte. Das ist echt nett von dir, danke. So. Dankeschön. Wegen der Mitte. Leute, ihr seid so süß, ich liebe euch. Wirklich. Ich würde euch gerne alle knuddeln gerade. Ihr seid so süß, Mann. Ja, ne? Ich würde euch TikTok machen. Wirklich. Leute. Aber nur live kommen. Nichts machen auf TikTok. Nur live mit euch. Ja, ich will mit euch sein. Die mit Rot. Hat sehr hübsch. Dicker. Ich wollte mit euch drei heiraten. Wirklich. Das geht leider nicht. Nein. Ja. Tiffelbap. 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 Was ist das denn? Wär ich nicht. Mach auf. Mach auf. Warte. Ja, wir sind gerade live. Sag nichts falsch hin. Für 500 Leute. 500 Leute sind dran. Ja, für 500 Leute. 500 Leute! Ey, danke schon für die Rosenleute, ihr seid so süß. 500 da Martina. Ja, jetzt ist wieder der witzige Leute. Oh, die Frau zu sagen, ist gut. 500 sympathische Menschen. Ciao. Mann, hör mal auf damit, bist du verrückt. Ey, wirklich. 600 Leute. Ich küsse alle eure Augen. Küsst mal eure Seele. Ey, niemand soll da reinkommen. Wir haben Sarah nicht tschüss gesagt. Ich muss Sarah tschüss sagen. Bleib mal kurz drin. Bleib mal drin. 600 Leute. Geh mal rein. Oh. Schau mal. Wir müssen mal nach unten, was haben die alles geschrieben. Wow, beauty, amazing. Sehen gut aus, die Trullas. Trullas? Dankeschön für die Rose noch mal, Leute. Was bedeutet eigentlich Rose? Oh mein Gott, was? Mit Daniel, mit wem hab ich vorhin geredet? Ah, das ist die Salima, die Tuneserin. Komm mal her. Du hast mit denen geredet. Hallo. Hallo. Okay, Leute, du hast mit ihnen geredet. Die in der Mitte, wo ist sie? Alle wollen Julie da sehen. Leute, sie kommen gleich wieder. Aber wenn der Mund auf geht, weil da kommt ins Ghetto. Was sind so viele Leute drin? Ja, Todgrünsch. Tunesien. Shivan! Und was ist der Shisha? Äh, wo ist sie? Ja, hallo. Leute, alle wollen uns wiedersehen. Leute, ich stehe jetzt wieder da. Ist er auch Tuneser? Ja, ja. Also, wir sind Rad-Coverse-Tuneser. Und meine Freunde haben unsere Ui 16 und 17. Hä? Sie haben nur 16 oder 17? Ich bin ganz bestimmt nicht 16. Outfit-Check. Machen bei GSC Zeit mit. Wo ist Moritz? Leute, keine Ahnung. Die in der Mitte, Landsfrau. Sie haben keine Mitarbeiter. Ja, in der Mitte. Ich will euch eh sehen. Ja, Leute. Ich bin halb Idiot. Ich dachte gerade einfach, die betet. Nein, mein Handy ist runtergegeben. Dankeschön für die Rosen, Leute. Ich muss als Gesicht machen, dass viele Leute drin sind. Oh, nein. Okay. Ähm. Cousine, geh mal bitte kurz in der Mitte. Mach es Green für Bruder. Nee. Du, als hast du gute Zähne. Auf einmal jeder Tuneser. Geil, Landsfrau. Ey, Joan. Wir brauchen wieder Klicks, komm mal her. Wir sind leider nicht genug. 476, 500. 500, genau. Ja, wir müssen, you speak English. Ja, so lala. Ne? Füß-Edition, please. Ach, nee. Joan. Joan, komm. Where are your mother in the middle? Alle wollen das? Wie gesagt. Leute, es tut mir so, so leid, aber ich muss leider gehen. Wann, wohin, Joan? Nein, meine Mutter ausfastet. Ich muss gehen. Ich komme aus Ägypten. Ich komme aus meinem Herzen. Oha, woran ich jetzt? Es ist viele drinnen, keine Ahnung. Okay, komm. Wohin, sollen wir alle nach Hause? Ich überleg, ob wir bei dir schlafen sollen. Dann können wir live gehen. Ja, können wir machen. Walla kommt. Also, ich geh nach Hause. Ja, sie will mir nach Hause. Willst du nicht bei mir schlafen? Bei mir? Nee, ich muss voll früh. Ich muss Sonntag arbeiten. Komm, bleibt mal live, wir gehen schon mal. Wir werden im Auto weiter live sein. Ja. Halt sie mich rein. Warte nicht. Ich rede nicht. Ja, Leute? Warte nicht. Warte nicht. Warte nicht. Warte nicht. Ja, meine Kusine. Was mit Kusine? Leute, wir sind Muslime, Alhamdulillah. Ich bin Kurdin aus dem Irak und mein Name ist Joan. Ich bin 26. Weil ich jede Frage schon gelesen habe und alle diese Fragen sind aufgetaucht und dachte ich mir, ich beantworte sie mal schnell. Eine schöner als die andere. Dankeschön. Ja, wir sind gläubig. Wie viele Leute sind drin? Weißt du was? Lass uns schon mal fertig machen und ziehen schon mal unsere Jacken an. Die sind schon alle weg. Kurden aus dem Irak. Dankeschön. Du bist wunderschön. Danke. Leute, ihr seid echt süß. Ja, wir haben Brüder. Einer war auch hier. Ja. Aber der ist gerade weg. Du siehst nicht über, nicht wie Kurden oder Türken aussehen. Ja, hab ich schon oft gehört, dass ich nicht so aussehe. Du bist sehr hübsch. Jetzt wollt ihr unsere Mutter sehen. Nein, 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 nein. Okay, ich muss mich leider festmachen. Ihr bleibt, solange ihr online schmacht, ihr Kinder schmacht. Passt auf, die Brüder weiß nicht. Guten Abend, ich hab Angst. Okay, ich muss jetzt. Leute, wir bleiben live. Soll ich bleiben live? Ja, sonst spenden. Ja, oder? Weißt du nicht. Das ist wohl der Film jetzt in Ordnung. Oh Gott. Und der ist nämlich mein abgesch------ ... Warte mal. Warte mal. Leute, sollen wir live beenden? Walla, die Mitz haben. Danke. Oh, ja, ja. Checkt mal, Leute. Ich muss kurz meine Kaka packen. Ich habe Vitamin B12 Mangel und muss mit den Spritzen verabschieden. Aber ich habe Angst vor Spritzen im Gestück. Und es ist mir ziemlich sicher. Wenn du mich in dir übernimmst, schau dir. Ich mag deine Haare. Es sieht so schön aus. Danke schön. Ja. 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 Ja, Leute? Danke schön. Deine Sie waren her. Ich weiß nicht. Amazing, toll hier. Danke. Meine Jacke. Ja, sofort. Oh nein, nein, nein. Was macht ihr hier? Mit wem bist du? Meiner Cousine. Mein Cousine. Komm, zeig dich. Hier. Danke. I like your lips to use. Keine Ahnung. Johann, komm mal kurz. Hier, Leute. Noch 279. Was denn? U18. Leute, kommt drauf.